Hey, schau mal, was ich auf YouTube gefunden habe. Ja, na dann zeig mal. Jo, das sind wir. Moritz, Nico, Steve und Simon. Und genau das gibt es bei uns zu sehen. Wir bauen Unfälle, können aber genauso gut Autofahren. Wir erkunden verlassene Orte, zeigen euch unsere Highlights aus unseren Reisen und produzieren das ein oder andere Cinematic für euch. Vielseitig unterhaltend, das sind diese Regen Records. Und das sind wir.